Über dieses Spiel bin ich bei einer Retro Börse gestolpert. Es ist jetzt nicht gerade eines der billigen Module, aber irgendwie hat mich das frohe Cover unter Name angesprochen. Ich habe hier ein schönes lockeres Puzzlespiel mit einem Maulwurf erwartet, aber was steckt genau dahinter? Lass es uns zusammen anschauen, was taugt Maul Mania für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Pax Soft Tonica entwickelt und extrem spät für Game Boy Verhältnisse 1997 von Nintendo direkt veröffentlicht. In Japan heißt das Spiel Mugura Nya und erschien ein Jahr früher. In der heutigen Zeit kann man Maul Mania in der virtuellen Konsole des 3DS käuflich erwärmen. Jinbei, der böse Farmer, entführt eure Kinder und eure Frau und dann macht er sie auch noch lustig über euch und hinterlässt eine Botschaft. Komm, hol sie! Na, der Herausforderung stellen wir uns doch gerne. Im Kern ist das Spiel ein Action Puzzler. Ihr seid der Maulwurf Muddy und befindet euch jemand in Level Abschnitten, die den ganzen Bildschirm einnehmen. Also in ganz vielen Spielen wie Link's Awakening. Eure Aufgabe ist es nun zum Ausgang des Abschnittes zu geraten und damit einen neuen Bildschirm und ein neues Rätsel zu betreten. Jeder der acht Level ist in solche Abschnitte aufgeteilt, aber Moment mal, 8 Level? Ist das nicht etwas wenig? Das klingt zwar nicht nach viel, aber die Level bzw. Welten nenn ich sie einfach mal, sind einfach riesig. Ihr habt also durchaus ordentlich was zu tun. Also, wie gestalten sich nun diese Rätsel? Im Prinzip müsst ihr meistens mit einer Kugel einen Stein am Ausgang zerstören. Eure Aufgabe ist es nun herauszufinden, wie ihr diese Kugel dorthin buxiert. Es lauert nämlich Gegner auf euch und ihr müsst auch auf die Löcher aufpassen. Fährt die Kugel da nämlich hinein, erscheint sie wieder beim Startpunkt. Die Kugel könnt ihr dabei entweder ziehen oder schieben. Drückt ihr den Knopf etwas länger, lädt sie das ganze auf und ihr drückt oder zieht die Kugel mit voller Kraft. Die Kugel wählt sich dann bis zur nächsten Wand und erledigt auf diesem Wege praktischerweise auch gleiche Gegner in seinem Weg. Später gibt es dann natürlich auch noch andere Gegenstände, die ihr zum Beispiel nur drücken könnt und so weiter. Besonderheit ist hier dabei der Salat. Werft ihr eine gewisse Anzahl von denen in ein Loch, erhaltet ihr ein Herzteil, dass euch die Lebensenergie wieder etwas auffüllt. Klingt jetzt erstmal nicht so aufregend oder? Ihr seid aber immerhin ein Maulwurf und könnt jederzeit in den Untergrund verschwinden. Dort könnt ihr euch dann parallel zur Oberwelt irgendwo hindurch buddeln und so eure Position wechseln. Versperrt euch eine Wand den Weg? Kein Problem, buddeln wir uns den Weg einfach frei. Allerdings geht das meistens natürlich nicht ganz so frei und auch unterhalb der Erde sind Mauern. Bei eurer Buddelei müsst ihr also natürlich auch aufpassen. Wenn ihr wieder an die Oberfläche kommt, dann schafft ihr natürlich wieder ein Loch und das kann dann auch schon mal der Kugel den Weg versperren. Vordenken ist also Pflicht. Aber wenn ihr euch hier einmal verbaut habt, könnt ihr ganz einfach einmal aus dem Bildschirm herausgehen und wieder rein, dann ist alles resettet. Außerdem gibt es dann natürlich auch noch diverse Items, die euch später weiterhelfen. Am Ende dieses Levels erwartet dann euch ein kniffliger Boss. Der Schichtkreisgrad im Allgemeinen finde ich sehr gut. Er ist nicht zu schwer, da man nach etwas überlegen eigentlich immer zu richtigen Lösungen kommt. Außerdem bietet euch das Spiel eine Speicherfunktion. Das sehe ich natürlich immer besonders gerne. Die Grafik passt super zum Spiel. Der Stil ist sehr gut ausgewählt und die Animationen sind klasse geraten. Der Wechsel zwischen Ober- und Unterwelt läuft flüssig, was will man mehr. Die Musik passt dazu und untermalt das Spielgeschehen sehr passend. Technisch ist das Spiel sehr gut geraten, was auch nicht überraschend ist bei einem so späten Erscheinungstermin. Was taugt Mold Mania für den Game Boy heute noch? Ich muss sagen, ich bin echt überrascht und verwirrt, wieso dieses Spiel so lange unter meinem Radar war. Das Ding ist echt klasse. Man merkt an jeder Ecke, dass es relativ spät erschienen ist und es technisch nicht mit frühen Titeln zu vergleichen. Dazu kommt noch ein prima Game-Titel, das Spiel ist sehr gut. Im Super-Player bei dem man etwas knurbeln muss, was jedoch nie zu schwer wird. Eine klare Empfehlung von meiner Seite aus. Das war der Test von Mold Mania für den Game Boy. Wenns euch gefallen hat wisst ihr was ihr tun ist und ansonsten sehen oder hören wir es beim nächsten mal macht's gut